Die drei Hühner, Pünktchen, Latte und Feder, stritten, wer die Schönste von ihnen sei. Weil sie sich nicht einigen konnten, fragten sie den König. So, dann wollen wir wieder mal ein bisschen regieren. Was steht an? Eine Audienz. Die Frage, wer ist die Schönste? Es kommt auf die inneren Werte an. Wer das Schönste eiligt, soll gewinnen und Prinzessin sein. Auf geht's zum Eierlegen in den Park. Noch was? Na, dann gehen wir jetzt zum Mittagessen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020